Was geht ab, meine Damen und Herren, heute mit einer Reaction zu meinem Best-of des 2018 Pokémon Let's Plays. Das Ganze ist nicht von mir, was ich lediglich mache, ist darauf reagieren, heißt der ganze Respekt und natürlich die ganze Arbeit und die ganze Leistung. Mein ganzes Dankeschön geht hier an MCNO. Er hat das Ganze für uns erstellt, Freunde. Ich werde, wie gesagt, darauf reagieren. Das Ganze geht ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Wir werden uns ungefähr die Hälfte ansehen. Ich werde daher den Link in die Beschreibung setzen von unserem Boy MCNO, auch natürlich von dem Video, von seinem Channel etc. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, Freunde, gebt dem Ganzen auf jeden Fall auch die gewisse Gegenleistung und geht auf seinen Channel. Schaut euch das Ganze an. Wie gesagt, wir werden uns heute ungefähr nur die Hälfte ansehen. Falls ihr mehr sehen wollt, dass ich darauf reagite, dann gibt es quasi ein paar zwei. Lasst mich auf jeden Fall wissen, indem ihr Ganze ein Like gebt oder in den Kommentaren am besten. Wenn nicht eben, dann tut trotzdem uns den Gefallen oder am besten MCNO unserem Boy den Gefallen. Und guckt auf jeden Fall auf seinem Channel rüber und macht euch mal ein eigenes Bild davon. MCNO, lieben Dank an der Stelle auf jeden Fall. Er wollte das machen und dann würde ich sagen, wir legen mal auf jeden Fall direkt los. Was hier hat meine Puppe und Träne und willkommen zu unserem neuesten Abenteuer. Professor Eich. Professor Eich, Mann, dick Flashbacks. Hallo, schön dich kennenzulernen. Damals hat es bei mir mit der Roten Edition angefangen. Ich stelle mal ein bisschen lauter. Das sind gerade die Flashbacks. Back to the childhood. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich noch ein Pokémon Professor. Ich habe lauter gestellt. Ich glaube, jetzt soll es passen. Hallo, ich bin der Rosado, der nächste Pokémon Champ. Ich nehme den Joy-Kong-Pokémon-Swert. Achtet mich auf eine Umgebung, wenn du Joy-Kong schwindest. Oh, oh. Also Pokémon sich... Diejenigen, die sich wissen, Pokémon hat halt meine Kindheit geprägt so. Und das hat auf jeden Fall über... Ich würde auf jeden Fall das Let's Play dazu bringen. Es hat übertrieben Spaß gemacht. Wir sind auch mit dem Let's Play nicht fertig. Ja, ich habe noch ein, zwei Parts, weil ich auf jeden Fall... Auf Lager, sage ich mal. Oder im... Wie den? Ja, daran befindet es ein Pokémon. Wer hätte es gedacht? Jetzt, Augenblick. Oder im Nachhinein wird es auf jeden Fall so Videos dazu noch geben. Auf jeden Fall. Ich warte da gerade nur, bis ich mal ein Smash-Letter durch bin. Komm her, Asni, komm her, kämpf mir. Ja, lach nicht. Grinst nicht so, grinst nicht so, Asni. Ich sag's nicht. Dieser Asni. Guck mal, wie frech der Grinst wieder auf uns herabschaut. Der hat nur ein Pokémon und es ist Evoli. Bide. Einfach im Hemd so aufgenommen, ist das mein? Ich habe zuerst das Letzte auf dem Channel. Jetzt packst dein Hemd aus. Komm, let's go. Was gibt's? Also es gibt auch ein paar Cringes schnellen, sonst nicht. Da gab's alles in dem Letzte quasi. Komm, du kannst die Hand zu Pikama und bewegst sie, um es zu streicheln. Wie der eskaliert hat im Bildschirm mit CZ-A-Klip. Oh, ich habe wieder so Bock, wenn ich das sehe. Pikachu. Wo ist mein Hund? Ah, hier ist mein Hund. Ah, du kleine, 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 kleine. Du bist so süß, heute. Oh, Mau. Ja, da hast du was gegessen. Grüßt manchmal nicht. Ah, du kleine, 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 kleine. Es ist eine Option. Okay, genug Liebe für heute, mein Freund. Genug Liebe für heute. Ole. Die Sportliche Kappe ist back. Ich fand das ganz gut, ganz ehrlich. So Klamotten anzuziehen. Ich mag sowas einfach, wenn man den eigenen Kategorien gestalten kann. Das hat mir echt gefallen. Obwohl es ein bisschen wenig war, so. Bei XY war es totale Exploration. Oder zumindest habe ich noch nicht alles gesehen, wahrscheinlich. Zack, raus, aber schneller geht es nicht raus. Da ist die Tür, mein Freund. Raus mit dir, raus mit dir. Die Idee. Zack, raus, aber schnell. Das zeige ich dir sofort. Einfach Kinder schlagen. Aber guck mal, es wird jetzt weniger Schaden machen. Schaut jetzt. Oh. War es nicht einmal zurück. Okay, hat noch gereicht, auf jeden Fall. Guck mal, die zwei Saftkonen an. Warte, hat er gerade die zwei Kokuna Saftkonen genannt? Was für ein Noobie. Freu dich jetzt erst im nächsten Part merken, dass ich die ganze Zeit zu Kokuna Saftkonen gesagt habe. Sorry. GG. Keiner weiß. Ich würde gerne meinen Taupsi, ohne Schwarz sagt, ich hatte gerade im Kopf meinen Taupsi Dookan Awaken. Aber Taupsi weiterentwickeln zu Taupoga. Das würde ich echt gerne machen. Der Legend of Dookan. Ja, komm doch her. Komm her, Junge. Oh, Junge. Ich habe mich schon sonst darauf vorbereitet. Haha. Trainer, Coach Findus. Ja, dieser Findus. Oh, Bisasam. Bisa. Bisasam, Gemeinde oder Schick, ihr Freund? Welchen Schadler findet ihr am Ganzen? Das war brutal. Einfach aus dem Nichts? Wie groß, wie groß es war einfach. Was? Lizardon. Ey, Lizardon sage ich, Onix. Was? Keine Ahnung, ich habe Bluock im Kopf. Wie groß? Wer ist, sag ich mir auch. Jetzt du blickst mal, es gibt noch XL Onix, riesige Onix. Ich weiß, ob es gibt, aber ich denke schon. Safe gibt es. Was? Ja, doch. Fass mich an Kleidstein. Boah, Moneten für die Stones. Guck mal, der will, der will. Aha, kriegst du deine Stones, kriegst du heute nicht. Ole, Uigoku. The Dodges. Es ist total unerwartet, wenn auf einmal so ein großes Onix vor dir auftaucht. Ohne Spaß. Nein, nein, nein. Boah, boah. Bist du Idiot. Weil damals, damals, ähm, nein, das ist, warum habe ich es so geschrieben? Warum habe ich es dir leicht zu erklären? Weil damals, ich weiß, ob das auch so ist, wenn du einmal runterspringst von so einer Klippe, dann konntest du nicht mehr hierhin, um einen Pokéball zu holen. Aber die haben das jetzt wahrscheinlich anders gemacht. Leck, komm hier. Und da waren damals die TM-Unden, glaube ich. Und ich glaube, ich glaube, ich... Spiel einfach blind, so, ohne zu lesen, ohne zu wissen, was sie machen müssen. Und ich war der Einzige, der wirklich alles gelesen hat, alles durchgelesen hat. Und dann ist jeder zu mir gekommen und hat mir gefragt, ey, wie geht's weiter, kannst du mir helfen und so. Und ich war quasi der, der Boy für jeden, um zu helfen. Also, erste Anfragestelle, so vom Pokéball. Kurz, Professor. Und damals, was ich gemacht habe, damals war der in der Schule, wollten viele von mir, dass ich ihr Spiel weiterspielen. Wollte ich eigentlich nicht, ich habe sie gerne Tipps gegeben, aber ich sage ihr immer, ich spiele eure Spiele selber. Selber. Aber bei ein paar, bei meinen engsten Kollegen habe ich das gemacht, da bin ich mal im Unterricht. Freunde, das sollte unter uns nicht nachmachen. Da bin ich im Unterricht oft mal aufs Klo gegangen mit der Edition und dem Gameboy von Kollegen. Und habe dann dort für sie weitergespielt. Ich weiß doch auf jeden Fall, dass ich für ein, hier soll eigentlich Rettern irgendwann kommen, schätze ich. Ich weiß, dass ich für einen Kollegen damals in Saphonia City, nee, Saphonia City war es doch, gegen Team Rocket gekämpft habe, weil er nicht wusste, wie er weiterkommt. Ich habe das kurz in der Toilette gemacht, in das Klassenzimmer. Anyway, lange Rede, kurz Sinn. Dann hat meine Lehrerin, meine Eltern gefragt, ob ich ein Problem mit der Blase hätte, eine Blasenschwäche, weil ich zu oft aufs Klo war in der letzten Zeit. Das war der Legend auf Grundschule. Wenn die wüssten, was da abging, oh my God. Wenn die wüssten, was da abging, oh my God. Vorher hat er sich aufgemacht zum Pokémon Chapter. Hahahaha. Oh mein Gott, das war eine witzige Zeit, Freunde. Da ist Klomando, das Klomando, ich sehe ich schon da oben. Hahaha. Klomando, oh my God. Oh mein Gott. Matteo, Matteo geht zur Seite, da wartet ein Klomando auf mich. Klomando, mein Liebskuchen von Btw. Was ist eure Liebskuchen? Andreas, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was du meinst Klomando? Glomando forever. Ja, damit dachte ich. Nein! Nein! Die haben das geändert. Damals war es nicht so. Und da hat sich dieses Spiel... Da hat sich das Spiel nur um Pokémon fangen... Ich hab übel Probleme mit fangen, bin ich ehrlich. Übel Probleme. Ja, echt? We don't say. Ja, dein Ernst. Glomando! So geil einfach, ohne Spaß. Damals in 8 Bit und jetzt sind wir bei sowas angelangt. Ich fange jetzt jedes Pokémon, was ich sehe, Freunde. Mir egal, gegen die Kämpfer später. Kleiner Knöpsel. Kleiner Knöpsel. Oh! Überleg das einfach mal. Shoutout an Mewtwo. Unser armer Mewtwo. Sein Name war... Mewtwo. Ich hab ein Teleporter und Scheiße vom PC aus dem Telefonprogramm. Yeah! Mach keine Fehler, kein Ding. Ich hobe auch keine Steuern. Ich habe mit Pilz geholfen. Ich... 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 Ich hobe auch kein... Der war einfach legit Nidorin oder so. Wie soll ich das meinen? Acht Bilder hast du das nie gesehen? Und jetzt weißt du okay. Er war in Nidorino. Mewtwo. Ich habe den Video nie gesehen. Ich glaube, er hat ein bisschen... Verpasst das für lange getestet. Haben wir uns gesehen. Krass. Okay. Visaklaus, steh auf! Es gibt Stones! Hashtag ein Singesamen! Free Stones! Wie? Free Stones! Wer da nicht aufsteht, Freunde, der verpasst seinen Tag. Da steht er sofort auf. Da steht er sofort auf. Und klatschen zur Seite. Was? Ein Singesamen? Ich bin dabei! Das... Das sollt er uns sagen. Geil, aber was? Bisasam! Oh, Bisasam! Oh, Bisasam! Bisasam! Ich finde die Entwicklungshal übertrieben geil. Bisasam! 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 Mew! Geh auf zu! Naja, Sandi Gendap! Hatte helf! Wenn das Level des Pokémons üb... äh... Trüber ist, dann trifft es. Früher hat es nur 30% Genauigkeit. Der Name hat mich schockiert. Schau mal, der hat mich total auseinandergenommen. Wir haben es einfach geändert, so übertrieben frech. Wenn es Pokémon höher ist, genau. Früher war es 30%. Wenn es 30% waren. Die Genauigkeit. Ja. Und diesmal würde es quasi erhöhen. Ich hab's, wenn ich da verwechseln mit einem anderen... ähm... Attacke. Dann hätte der Anwender... Wie denn? Mit der Intensität war es, glaub ich hab's verwechselt. Und ich sag, hey, warte mal, Geofür. Wenn das Level höher ist, wird es einfach... Geofür ist so OP. Aber wenn... Ja, natürlich trifft er! Willst du mich verarschen, Saman? Ja, ohne Spaß, ey. Das kann's nicht sein. Das kann's ja wohl ne Zeu! Was? Verarschen mich nicht. Ich glaube, alle beiden Pokémon. Legit. Guck mal jetzt. Was? So wenig nehmen hat's noch. Meow. Bidi? Ja, wenn ich Schauflein setze, kann ich mich trotzdem treffen. Ja. Ja, ganz sicher. Haung, was hast du raus? Guck mal. Guck mal. Nein! NIEMALS trifft es die ganze Zeit! Verarschen mich nicht, Mann! Das hat ne... Das hat ne... Genauigkeit von... HDF! Es wurde geändert! Schrei nicht so! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es wurde geändert! HDF, Junge! Was ist los mit dir? HDF, bitte! HDF selber! Aber jetzt, guck mal! Cheat! Oh, okay. Verpasst. Ich hab da Mobib eingesetzt. Pantimos! The Legend of Pantimos. Schaut mal, wer jetzt mich verarscht. Pantimos ist so verschickt, Freunde. Guck mal, guck mal. Guck mal, was für Scheiße der hat. Guck mal. Pantimos. Jetzt bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Junge. Bleib stehen jetzt. Schraub dich. Dieser Pantimos. Wiesst du, wie lang das ging? Wiesst du, wie lang das ging? Er muss schon vorspringen, der Arme, Junge. Wiesst du, wie lang das ging, dass ich ihn nicht gefangen hab? Wie das mich aufgeregt hat. Ohne Spaß. Guck mal, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wisst du, wie lang das ging? Ich hatte legit kein Bock mehr danach. Wie aggressiv. Wie aggressiv ich die Poké-Belle wirf. Wegen einem Dreckspantimos. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Von mir aus kannst du auch fliehen. Ganz ehrlich, gar keinen Bock mehr auf dich. Ja, ja, ja. Ganz ehrlich, Mann. Ich hab danach keine Bälle mehr einfach. Hat sich gelohnt, ne? Pantimos. Nie wieder gespielt. Nicht einmal angeschaut, Pantimos. Einfach nur gefangen. Pokédex-Eintrag. Ja. So ist es. Traurig, ne? Unzaro. Aber so läuft es, mein Freund. Die ist die Stadt Pantimos. Was war das? Was war das? Gönnt euch den Schwitznamen. Ich fand Timos so cool. Direkt Timos? Mittlerweile ist es nur noch direkt Timos. Legit. Oh, was ist mit Timos? Ja, das Diktar, wie vorhin wurde von der Diktar gegraben, sag ich mal. Das ist ganz nice. Wir gehen aber... Leute... Alter, wie süß. Wie gut die das mit Diktar gemacht haben. Ich hab legit Gänse aufbekommen. Weil es sieht echt so aus, als wenn sie quasi so... Im Boden... Ja, so wie... Auch... Aus dem Boden heraus... Schauen oder graben oder whatever die Diktar machen. Aber es haben sie echt gut hinbekommen, wenn ich zu sein. Es gibt ja auch Diktree. Sollte es geben, also früher war es so... Diktree, Diktree. Oh, wie geil das ist oft. Diktree, Diktree. Diktree, Diktree. Believe it. Freunde, erst Naruto Intro. Wie crazy das war. Wer kam drauf? Diktree, believe it. Oh. You can be somebody. You can be somebody. If you believe it. Naruto. 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 Dann dieser Part. Believe it, believe it. Wie der Eskal. Ey, was ist das für ein Intro? Es war ohne Speis. Ohne Speis. Ohne Spaß. Wer kam drauf? Einfach einen Rap draus zu machen. Alle erst Intro. Aber es war übertrieben. Ohrwurm. Wie geht es denn das gesungen hat? Es war geil. Es war ein richtiger Ohrwurm. Aber was hat eine Song? Einfach ein Ninja Rap auf Naruto. Erste Season. So, keiner weiß. Ich fand es aber cool. Ich fand es aber geil. Ich fand es aber auf jeden Fall geil. Was? Ich habe gesehen, wie die Mutter aus der Russfüße hat, sie im Rappet zu entkommen. Sie konnte aber nicht fliehen. Sie hätte dir helfen sollen, aber ich war vor Angst wie gelebt. Du dummes Kind. Ich wollte sagen, lasst uns hier mal ein dezentes Schluss machen. Wie gesagt. Mal was anderes. Ab und zu kommen noch zu Reactions. Auf jeden Fall geht die ganze Arbeit, ganze Shoutouts natürlich an unser Boy MCNO. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, Freunde, gerne in seinem Channel, im Video vornehm. Ich habe den Link in die Beschreibung gesetzt und die ganzen Links. Falls ihr die Reaction von mir darauf weiterhin sehen wollt, quasi ein paar Zeit, könnt ihr mich das auch gerne wissen lassen in die Kommentare oder ein Like geben am besten. Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich an MCNO. Wie gesagt, lieben Dank fürs Zusehen. Okay. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.